Am Tag der sozialen Gerechtigkeit ist mir besonders wichtig, auf die Verteilungsgerechtigkeit hinzuweisen. Es ist sozial nicht gerecht, dass immer mehr Menschen immer weniger Vermögen haben und das Vermögen bei einigen wenigen Menschen ist. Deswegen, finde ich, brauchen wir ganz dringend eine Vermögenssteuer, wir brauchen dringend eine Finanztransaktionssteuer und eine Erbschaftssteuerreform. Denn nur wenn das Vermögen gerecht verteilt ist, sind auch die Chancen gerechter verteilt.